so leute weiter geht es heute mit der legacy und wir suchen immer noch dem ätc uns fehlen jetzt noch sieben ich muss gerade nur gucken so leben in dem dörfchen so viele häuser das heißt ich muss gerade gucken ob ich hier irgendwo ein bisschen was wenn ich ein bisschen folgen jetzt etwas kürzer machen also das war schon gut na ja sumpf so jetzt gehen wir mal darüber habe ich das schon gemacht hier das haus ja ja ich muss sehr kurz mal entgegennehmen so ich muss weiter die geistes suchen ich hoffe dass ich ja noch mal ein finde aber eigentlich noch ist es dunkel noch geht's noch geht's glaub ich ich hoffe nur dass ich jetzt irgendwo noch meinen eigentlich muss das so in dem haus sein ja doch ist richtig ich dachte ich jetzt hätte das gehabt nein habe ich nicht so aber wo habe ich denn das warum ist denn dabei hier war ich schon drin aber wo habe ich denn fehlen noch 7 demigeißes oder schulung Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich nehme mal hier die Notizbombe mit. Hier. Da vorne ist noch ein Schloss. Da könnte der drin sein. War super. Hat sich schon erledigt. Gut, dann weiß ich da Bescheid, dass das hier nicht so ist. Haukspeed haben wir sogar schon alle. Alle neune. Ja. So, das heißt, wir müssen mal raus. Das hier. Da sind noch Dörfer mit Demi-Geist-Statuen. Na, vergiss es, hau ab. Hier ist einer der Altäre, die Professor Shah erwähnt hat. Wir haben die Professor. Ja. 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 Warte mal kurz. Das könnte hier das sein. Jetzt bin ich wieder, wieder andere Dinge machen. Aber ich hoffe, das ist so rum, so richtig. Perfekt. Der Zentaur. Finde Astronomie Altäre. Drei von fünf. Aber eigentlich war etwas anderes geplant jetzt gerade. Und zwar, wenn ich da hinkomme, da rankomme. Wieder mal auf Abenteuertür. Jawoll. Jawoll. ja das bestimmt ein mega powertrank ist immer gut so ja 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 ein brief noch ein brief also tagebuchenträge sind drei stück auf einmal die bin ziemlich viele katzen überall ja 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 das stimmt hier waren wir schon drinnen ich wundere mich warum hier nicht noch weitere demigeis statt hundsen So viele Leute kann es ja gar nicht mehr sein, da unten sind noch welche, ne? Drei. Ja. So. Jetzt ist es schon wieder hell draußen. Wir müssen wieder Gegenstände identifizieren. Das war noch ein Haus draußen. Ich muss wieder um den Guide suchen. So. So, Struhe. Ich muss erwarten. Sonst sagt er nichts hier. Alter, erschreckt schon immer so. Da ist er. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 8. So, jetzt müssen wir heute Häuser suchen. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 9. Nummer 9. und wieder wahrscheinlich ein nicht identifizierbarer gegenstand das muss zu etwas groß führen krass das sieht aber sind acht wenn man dann war doch zu einem haus in der einen stadt der mann der feld kauft das ist aber auch nicht mehr sorgt ich habe ja viel zu viel schon wieder hatten wahrscheinlich ohne zum scheiß dabei aber wahrscheinlich sind wieder vielleicht wieder ein paar sachen darunter vielleicht wieder etwas dabei was wir gebrauchen können bisschen geld man bricht einfach mal so in häuser ein und sammelt sich das geld zusammen man man Hm. Gefühlt sind die aus der Egel gleich aus. Hier waren wir schon. Hier waren wir noch nicht. Waren wir jetzt bei 9. Die Frage ist, wie viel hatten wir jetzt schon? Hat der schon 1 oder 2 mehr als vorher? Weil Reitirutsch fehlt uns ja jetzt noch 3. Das suchen wir dann in der nächsten Episode weiter, würde ich sagen. Wie geht's denn jetzt auf den K vectors? Wie geht's denn jetzt auf den Kidos? Wie geht's denn jetzt auf den K und ich ja in die K новas Umsatz. Wie geht's denn jetzt auf den Kölnhaut? Vielen Dank.